Während Helene Fischer für ihren langen Auftritt bei Silbereisens Weihnachtsshow-Kritik erntet, kann sich Thomas Gottschalk, trotz friedlicher Stimmung, Seitenheben nicht verkneifen. Ganz so besinnlich war es am Samstagabend, dem 30. November, nicht, als zum 20. Mal Florian Silbereisens Adventsfest der 100.000 Lichter über die Bildschirme flackerte. Punkt 2 flossen während der Show auf der Bühne Freudentränen, doch es gab auch einige Sticheleien und Kritik, auch von den Zuschauern. Ein Überraschungsauftritt von Helene Fischer sorgte für Aufregung. Die 40-Jährige erschien, um den Kinderliederkomponisten Rolf Zukowski anlässlich seines 50-Jahr-Bühnen-Nubiläums zu ehren. Punkt dafür sang sie gemeinsam mit einem Kinderchor Zukowskis Klassiker Wie schön, dass du geboren bist. Der 77-Jährige Musiker war sichtlich gerührt und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Doch wie t-online.de berichtet, kritisieren viele Zuschauer Fischers Auftritt als zu lang und unangemessen. Punkt neben dem Tribut an Zukowski präsentierte Fischer mehrere Songs aus ihrem neuen Kinderliederalbum und kündigte sogar ein zweites Album an. Punkt insgesamt dauerte ihr Auftritt fast 20 Minuten, deutlich länger als die Darbietungen anderer Künstler. Dies sorgte im Netz teils für Kritik.Kritik und Sticheleien auf und abseits der Bühne. Ist sie gleich mal fertig? Nix gegen Helene. Aber warum kriegt sie so viel Sendezeit? Fragte ein Nutzer auf X. Punkt während die meisten Gästen nur ein oder zwei Lieder sangen, durfte Fischer neben den Zukowski Songs fünf weitere Titel performen, keines davon ein Weihnachtslied, wie es das Format eigentlich vorsieht. Einige Zuschauer bemängelten, dass Fischer dadurch dem eigentlich zu ehrenden Zukowski die Show stahl, denn Zukowski selbst sang nur ein Lied. Punkt andere vermuteten hinter dem langen Auftritt eine PR-Strategie für Fischers neues Album. Punkt traurig, wenn Helene jetzt nicht gerade ein Kinderlied-Album herausgebracht hätte, das promotet werden muss, hätte man es ja als schöne Geste sehen können. Aber so finde ich es geschmacklos, lautet ein Kommentar. Für Sticheleien auf der Bühne sorgte niemand Geringeres als Thomas Gottschalk, der bereits im Vorfeld der Sendung für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Punkt Gottschalk überraschte das Publikum mit einer selbstgeschriebenen Adventsfestgeschichte und zeigte sich überraschend besinnlich. Punkt Selbst mir bleibt jede Bösartigkeit im Halse stecken. Ich habe immer eine große Klappe, aber ich bin in ausgesprochen friedlicher Stimmung hier, erklärte er. Punkt Dennoch konnte sich einige Seitenhiebe gegen seinen Kollegen Stefan Raab und dessen schon nicht verkneifen, das Publikum hier ist größer, als ich es dort erlebt habe. Punkt Zudem nutzte der Entertainer die Gelegenheit für schamlose Eigenwerbung. Mehrfach erwähnte er seinen Instagram-Account und machte keinen Hehl daraus, dass er seine Followerzahl steigern wolle. Punkt Ich habe 20.000 Follower bei Stefan Raab gewonnen. Mal sehen, ob es bei dir 25.000 werden, so Gottschalk zu Silbereisen. Punkt Zudem. 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 Vielen Dank.